Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video auf TechToon. Heute geht es uns um ein ganz wichtiges Gadget, was ich bei fast jedem Video benutze und das ist der Slider von der Firma Tarion. Nach dem Intro erfahrt ihr alles Wichtige dazu. Bei so einem Slider kommt es natürlich sehr auf die Verarbeitung an. Der Slider von Tarion, der gerade einmal 50 Euro kostet, ist wirklich gut verarbeitet. Er besteht vollkommen aus Metall bis auf die kleinen Feststellschrauben und das wirkt sehr hochwertig und gut verarbeitet. Natürlich muss ein Slider auch funktionieren, um verwendet werden zu können. Das kann ich bei dem Tarion Slider garantieren. Bei hochpreisigen Slidern ist es so, dass der Wagen auf der Kameraschiene mit einem Kugellager angebracht ist. Das ist bei diesem Slider nicht der Fall und dadurch kommt auch der relativ niedrige Preis zustande. Man hat hier den Nachteil, dass der Wagen etwas auf der Kameraschiene hin und her wackelt. Dennoch kann man sehr ordentliche Resultate erzielen. Man drückt einfach etwas hinten auf den Wagen drauf und schon hat sich das Thema erledigt und alles ist ausgeglichen und funktioniert einwandfrei. Ich nutze den Slider mit verschiedenen Kameras, wie zum Beispiel der Canon EOS 700D oder auch der Canon EOS M10. Mit beiden klappt alles perfekt und wenn man einmal etwas geübt hat, kriegt man sehr weiche Kamerafahrten hin. Dazu habe ich mir einen Stativkopf bestellt, womit man die Kamera dann noch in mehrere Winkel anbringen kann und noch etwas Drehungen in die Fahrt reinbringt. Damit wirkten die Fahrten dann wirklich profi-like. Und das für gerade einmal knapp über 50 Euro ist schon ziemlich cool. Mein Fazit in dem Slider ist folgendes. Ich bereue auf jeden Fall nicht in mir gekauft zu haben. Damit kann man seine Videos einfach viel dynamischer machen und dadurch aufregender bzw. spannender. Für gerade einmal 50 Euro bekommt man hier außerdem sehr viel geboten. Der Slider ist gut verarbeitet und man kriegt sehr schöne Resultate damit hin, wenn man etwas Übung hat. Und ich würde ihn mir jederzeit wieder kaufen. So Leute, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.